Rummeln kann ich noch, aber alles andere funktioniert nicht. Rummeln kann ich noch. Rummeln kann sie schon immer gut. Ich weiß, was da alles rummeln kann. So, sollen wir weiter? Wo kann man hier die Werfen heil machen? Hier. In den Keller musst du gehen. In den Keller musst du gehen. Siebenmal musst du auf den Button gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier ein Eingang war. Hier kommst du nicht rein. Hatte ich auch versucht. Wenn Clara mich morgen nicht haben, gehe ich zu Zoe. Die freck gerade genauso wie ich. Die können wir so gegenseitig anstrengen. Was ist das für ein roter Strahl da? Der Strahl macht immer das Licht an. Ach der Strahl, keine Ahnung. Ach so kann das ja eine Turm sein. Ja. Ja. Hier ist auf jeden Fall was zum Reparieren. Hier ist die Reparaturstation. Reparatione ist Statione. Dirk, du hast irgend so was Leuchten in dir. Echt? Ja. Können wir weiter? Ich habe ja meine Nägel heute schön gemacht, Papa. Echt? Die Fußnägel? Hast du? Nee, die Fingernägel. Nee, die Fingernägel. Hier ist jeder alle eine Länge. Die Flamme oder gehen wir hier unten hin? Äh, die Flamme. Und ich habe die türkisgrün. Südwest die Flamme. Obwohl das auch sehr blauschisch ist. Ich habe keine Ahnung, was da viele Farbe ist. Das mit der Anthem habe ich immer noch dort rein. Echt? Ja. Mh. Ich habe ein blaues Steinchen auf dem Nagel. Aha. Ich hatte heute Langeweile. Also wirst du beim nächsten Mal dran denken, dass wir immer ein Teil drin lassen, dass alle da hingehen und das nehmen, ne? Ja, anscheinend. Also nicht rausnehmen, sondern nur die Kiste öffnen. Ja. Guck mal, was dann funktioniert. Oder ist das V4? Was ist mir der Ernst? Wir haben es noch nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht, was du hast. Was ist denn? Da ist ein Haus. Nun. Sei dahin. Ich stehe hier unten. Nee, das Haus ist es nicht. Aber ich warte noch auf Udo. Auf jeden Fall hallo an alle Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Kann ich was zu trinken haben? Ja, ist doch perfekt. So liegt es ja nun nicht. Ich geh mal kurz an den Raum. Dann bleibe ich da. Schau. Alle sind wieder zusammen. Wir laufen weiter. Und wir können mal hier lang gehen. Das hat auf jeden Fall. Oben gibt es einen Haken zum Haken. Aber laufen kann man ja noch. Wo macht ihr denn da? Ey, du bist ja irgendwie von oben. Ah, ne, da ist ein Haken. Ich dachte doch. Hat mich gerade so hier verwundert. Ah, muss aber trotzdem noch nach vorne springen. Du kommst aber auch nur wieder zurück zur Stadt. Die waren aber nicht rot. Ich glaube, er war nicht rot. Das ist das Einzige, was ich noch nie gefunden habe. Eine Pizza. Was, eine Pizza? Eine Pizza. Wasser. Eine Pizza, Wasser. Wo wollt ihr denn jetzt alle? Ja. Das ist auch der felsche Weg. Da geht es ja nur zurück in ein Dorf. Batman. Ja, ich muss ja auch ins Dorf. Ja. Wer oben war da? War gar nicht leicht. War gar nicht leicht. War gar nicht leicht. Gar nicht leicht schauen will. 66 Meter habe ich noch. Da oben müssen wir hin. Ja, da müssen wir hin. Hier oben. Also muss ich doch hochkommen oder was? Gucke gerade, wie wir da hinkommen. Muss ja einen Weg geben. Wo? Ne, wie meinte ich eigentlich nicht? Mein lieben Südwesten. Hä? Schrei der Flamme. Bin gerade da. Ja, den habe ich schon. Der Mann macht mir topper ansonsten. Ach, da unten. Ich habe im Südwesten gesagt, meine Herren. Da unten. Schmelztiegel oder was? Im Südwesten, das Euphorium der Flamme. Alle schon da? Nee. Ich bin gerade losgegangen. 370 Meter noch. Oh, Eppern. Wildschwein. Zwei Wildschweine. Zwei Wildschweine. Schenk' ich dir. Die blöde Luft. Das Deck ist gut und er brauchst nicht schießen. Hier ist aber noch eine. Ah, der fackt das schön am Bein. Ich habe auch keine zwei Minuten allein lassen, ne? Ja, ich bin nur Nahkämpfer, Leute. Natürlich sterbe ich. Ja, aber ich war anscheinend irgendwie die mehr. Oder zieht die mehr. Keine Ahnung. Oh, das weiß ich. Ich verliebe so eine scheiß Sprache nicht. Du bist noch Schwein, was? Ich habe aber Schwein gehabt. Echt? Ja, wahr? Guck mal hier. Ein Blümchen. Kurste Wiederheilung aus. Wo ist er leer denn? Das ist er leer. Und ein Erbärm. Okay. Hier ist eine Höhle. Ja, lass die Höhle Höhle sein, weißt du? Nein, das ist keine Höhle. Das ist nur so eine Ecke. Ah, hier ist ein Miasma. Das ist schlecht. Ah, hier ist eine Spritzpflanze. Was? Oh ja, die ist gut. Die brauchen die auch mal. Die Waffe muss man auch mal die Gleiter heraßen, denk ich. Oh, ich habe keine Muni, ey. Ich weiß, was ich jetzt wirklich hab. Ein paar Büsche. also hier wo ich bin da geht's hoch echt ja ja warum ist das so ach hier sind gebäude da wollen wir nicht hin doch ich glaub schon das andere gebäude lea sag noch mal was schon anders an jetzt darunter ja hier runter müssen wir heute im süden wo willst du hin muss ich lieber ja genau ich bin siegel ist aber noch ein gebäude rattengebäude da ist immer was drin heute nicht wir waren drin wir sind die ratten wir sind gefallen mit uns die gleiter leute ach ich nie auf die idee gekommen es sah nicht so tief aus nein nein das sah nicht so tief aus ich kann nichts dafür dass ich blöd bin das hat keiner gesagt nein wir wollten nur blöde menschen mobben wir wollen dich nur mobsen ich schätze links sieht es aus ob es hoch geht wir laufen alle rechts 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 links geht es doch hoch wir laufen gerade alle nach rechts ja aber links geht es hoch aber hier kann ich dich nochmal aufladen ja dann gehen wir halt da rum wir fügen uns der masse er hat eine höhle gefunden ja und die ist doch du sie sie ist dunkel ronnie da gehe ich nicht rein hier ist irgendwas leuchtendes ja das mag mich nicht das mag mich gar nicht das mag mich gar nicht das mag mich gar nicht ach der ist grün noch ja ja der mag mich gar nicht und er kommt noch ein herr der ort lass mich in ruhe ich muss noch baffen ich bin tot ja der kommt noch nachher der tot wo ist er denn wieder wo ist er wo ist er da ist er und ich bin tot super ich bin nicht in die richtung dort stelle wieder in die richtung wer lebt noch ich alle lebt noch lauf alle ja lauf boris lauf alle ja lauf alle ja schick ihn mal in die andere richtung schick ihn irgendwo hin ihr müsst ja auch in die löscher reingehen ne wieso wir oh mehr oh lass dich in ruhe du fliegel schick schon wieder alle ja laufen am arsch lauf weiter lauf wer weiß was du da was du machst das super leer lauf ich bin tot alle ja lauf alle ja lauf weiter egal auch wenn du tot bist lauf Wo bist du denn gestorben? Weiß ich nicht. Ich seh sie, aber ich weiß nicht wo der Hannes ist. Ich bin direkt bei mir. Nee, mach mal scheiß. Ich schwör. Bock? Hallo Kollege! Komm mal, ich flieg mal weg. Alter, ist der Ochse noch da oben, ey? Hallo Dirk. Ich dachte er ist schon längst weg. Der läuft ja immer noch rum. Naja, das ist ein Käfer. Ja, danke. Ich bin tot. Du kommst nicht hoch, hier. Alter, das ist ultimativ. Lauf weg. Oh, fuck, 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 fuck. Der Roni ist tot. Ich glaube, ich starte noch mal neu da. Der Tuch ist tot. Hat hier irgendjemand mal mit Fernangriffen? Ja, das müssten wir mal schaffen, ne? Oh, hier ist noch einer. Ja, ich hab keine Aufsauer mehr gehabt. Der Roni ist tot. Oh, er hat dafür uns aber diesen Käfer vom Hals geschafft. Oh, ey, der ist fast zu Tode gekommen. Warum bist du nicht bei uns? Da bist du. Du bist wohl bei uns. Bei mir. Na, ist da noch einer. Ah, fickt euch doch. Oh, der ist sicher. Naja, da ist noch einer. Aha, wo bist du? Wie, da ist noch einer? Alle, wo bist du? Komm, zu uns. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hab den am Arsch. Nein, du hast keine Stimme mehr, ja? Das ist ein riesen Unterschied. habe ich abgehangen ich habe abjagen abgehangen vorgeben wir jetzt doch rechts rum oder gewann wir haben mich überzeugt ja weiß nicht ob es grün aber ich habe einen laufen sie nach hinten dann lässt man sich auf die leute eine pilze ja wir müssen ja immer rauskommen war noch einmal einer hier ist eine steilwand wir kommen gar nicht raus also wir müssen die andere richtung da links ist noch einer ich habe kupferpfeile geschenkt bekommen von dem ich gebe dir die alle wir müssen wahrscheinlich durch die höhle wir müssen durch die höhle geht gar nicht nein vergiss es da laufe ich nicht durch dann bekämpfe ich lieber die blümchen hier ich muss jetzt die zwei holen fahren ja ich habe bernstein gefunden leute ich habe freunde gefunden freistück man muss man sich verlaufen gut wo ist er denn ich wollte doch hoch eigentlich Du bist denn zu Ronny? Er hat Bernstein gefunden. Ja, das ist wundervoll. Komm mal raus hier, ich hab noch 3 Minuten. Wie sieht's mit euch aus? 6, 4. Und ich hab auch noch Tränke. Und die Tränke bringen dir jetzt nichts. So, gehen wir weiter. Wieso bringt dir denn nichts? Weil du den Trank roher tränken musst. Und nicht hinterher. Nur eine Klatsche. Wie sieht's aus mit euch? Hier vorne, hier links. Hier links geht's glaube ich hoch. Ja, aber dann kommst du ja nicht zur richtigen Seite. Wir müssen rechts hoch. Ja, aber du kannst noch mal aufladen. Hast du da rechts was zum hochlaufen? Ja, aber du kannst dich doch erstmal wieder aufladen. Ich bin voll. Ja, ich aber nicht. Ah, da ist einer mit so nah. Da kommt der Grüne wieder. Scheiße! Oh man, der lockt aber auch jeden dran. Ja, ich hab respawnt, ist ja schon gut. Also wie gesagt, ich muss jetzt die zwei holen fahren. Alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Dann können wir da rüber laufen. Hier in den Weg lang. Am Weg zurücklaufen müssen wir, dass wir da rauskommen. Okay Pierre. Mann, dann muss doch hier immer den Weg rausgehen. Hey Ronny. Ein Kumpel von dir läuft da hinten. Ja. Warum sagst du denn nix? Oh Leute, ihr wollt mich doch verarschen oder? Ja, der kommt von hinten an. Ich hab grad gesagt, da läuft ein Typ rum mit mega Schwert in der Hand. Der fahrt sich gar nicht zu mir. Wir spawnen. Wo ist er? Ja. Alea, bleib mal da wo du bist. Okay. Ich bin tot. Ja, weiß ich. Aha. Na jung, kommst du oder kommst du nicht? Nix wird zu essen bei. Nee, wir los werden nachher. Mach's mal, ja toll. Aber da drüben ist ein Pferd der Felsen, da kommst du gar nicht hoch. Ach. Ochse, lass mich in Ruhe. Oh nein. Ich krieg die Kotze. Hier rennt Schweine rum. Hier sind Gegner ohne Enten. Wir sind im Jasper. Aber warte mal, die greifen sich auch gegenseitig an, ne? Ja, kommt drauf an. Ich wiederbelebt dich, Alea. Ich weiß jetzt nicht, wo der Udo ist. Komm, über euch. Über uns? Ah, da. Da hinten kommst du gar nicht hoch. Du musst durch die Höhle, denk ich mal. Du musst komplett außen rum laufen wahrscheinlich. Ich hab nur eben gesehen, wie er auf der Wildschweine losgegangen ist, der Arme. Ja. Also was wir machen könnten ist, nach düsterdicke Schnellreise machen, von da aus nach Westen. Was ist das? Ach so. Vielleicht kommen wir ja von der anderen Seite dran. Dann gehen wir erst zu dem, äh, einen Punkt hier. Schreinerlager. Schreinerlager. Düsterdicke Schnellreise ich jetzt gerade hin. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ja. Oh, mit einem Augenweh. So. Und jetzt von hier aus, in Richtung, hier, Schreinerlager. Da sind wir ja auch noch nicht gewesen. Anscheinend ist zumindest nicht aufgedeckt. Schreinerlager? Da waren wir doch für den, äh, Schreinerlager. Ja, aber ist bei mir nicht aufgedeckt. Durch die und seinen Baustein. Bausteine. Keine Ahnung, oder? Rechts von mir. So. Wo fliegt der denn jetzt schon da hin? Hier hin. Oh. Echt nicht wieder in den Baum lande. Ach, da ist alles komplett. Die Burg da vorne, oder was? Nur hier war ein Gegner. Aber jetzt nicht mehr. Was? Bitte was? Oh, hallo Schweinchen. Vor allem seid ihr freundlich oder feindlich? Ich glaub, sie sind Freunde. Äh, ihr seid irgendwie ganz woanders. Aber egal. Wir sind zum Schreinerlager. Ja. Ja, ich war ja vorher in den Turm rein. Ich komm. Aber der ist ja nur Level 13 immerhin. Ich komm. Aber der ist ja nur Level 13 immerhin. Ja. 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 Ich bin tot. Ich hab' einen Freund für dich. Ja. Das ist halt blöd, dass Dirk hätte sich nicht ausloggen müssen. Dirk hat sich nicht ausgelockt. Wir müssen respawnen. Ja. Dadurch bleibt der Schwierigkeitsgrad auf. Ja. Ja. Ich sag' ja. Tolles Spiel. Arias fängt mal. So. Wo denn jetzt land? Oh, lauf doch mal, du Kreatur. Jetzt bewegt er sich nicht mehr, oder was? Ja, der fängt Döse. So. So. Ich brauch' keine Erdbein. Ich brauch' keine Tränke oder Rüben oder sonstigen Scheiß. Ich brauch' meine Äste. Ich brauch' eine schöne Erdbein. Ich hab' einen epischer. Ich hab' einen absoluten Versuch. Vielen Dank.